Rückrundenstart in der Bundesliga, wir haben zwei starke Wetten für dich am Start, let's go! Moin Freunde, jetzt ist es auch offiziell, die Rückrunde in der Bundesliga ist da, nachdem noch zwei Spieltage nachgespielt werden mussten nach der WM. Und ja Freunde, wir sind richtig gut reingestartet, was soll ich sagen? Ihr seht hier unsere Wetten vom letzten Spieltag, den wir jetzt am Dienstag auf Mittwoch hatten in der englischen Woche. Sechs von acht Wetten wurden gewonnen, sehr sehr starke Performance, ihr konntet hier im Video auch Gewinner mitnehmen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ein Tor hat bei Freiburg und Frankfurt gefehlt in der zweiten Halbzeit, dann wäre es natürlich richtig rund gewesen für euch mit 100% Gewinnern, aber wir sagen nicht nein und nehmen das gerne so mit. Ich versuche euch immer in den YouTube-Videos drei Wetten mitzugeben, natürlich klappt das nicht immer, mal ist ein Spieltag attraktiver, mal weniger. Diese Woche haben wir zwei Wetten für euch am Start und deswegen dachte ich, okay, zeige ich euch vielleicht mal eine einfache Website, auf der ihr so ein bisschen auch mal sowas wie Expected Goals nachvollziehen könnt, da wir auch immer wieder die Frage in den Kommentaren kriegen. Wir sind hier bei infogold.net, gibt sehr viele andere Seiten, die ähnlich sind, ich will jetzt euch auch nicht zu komplexe Seiten zeigen mit zu viel Infos, das erschlägt euch natürlich in so einem Tipp-Video, macht keinen Sinn. Aber hier kann ich euch mal ganz easy zeigen, wie ihr sinnvolle Übersichten seht und nicht nur auf Ergebnisse gucken müsst, weil ihr wisst, die können oft fehlleiten und wir gucken auf Leistungsdaten, nicht auf Ergebnisse. Die erste Wette, die wir uns angucken wollen, ist Werder Bremen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ihr seht hier, wir haben oben die Wettbewerbe angewählt, wir gehen jetzt rein in die Bundesliga und da seht ihr zunächst mal die Tabelle. Von hier aus könnt ihr euch natürlich jedes Team rauspicken. Wir nehmen hier Wolfsburg und landen dann bei ihren Matches, die sie gespielt haben zuletzt. Ihr seht hier, sie haben super stark performt. Ihr seht die Ergebnisse, die sie hatten. Ihr seht auch die erwarteten Tore, die sie hatten, die Expected Goals in blau unterlegt. Und ihr seht hier, richtig runde Leistungen, sehr gut Chancen rausgespielt. 2,57 gegen Dortmund zu Hause, 2,73 gegen Freiburg, 3,26 auswärts bei Hertha. Ihr seht, die Offensive klickt jetzt richtig bei Wolfsburg. Niko Kovac ist mittlerweile voll angekommen. Das offensive Potenzial, was sie im Kader hatten, das musste sich ja irgendwann entfalten und jetzt sind sie richtig in Schwung momentan. Wenn ihr dann gucken wollt, ihr seht natürlich auch die nächsten Spiele hier aufgelistet. Ihr könnt dann so reingehen. Seht hier Werder Bremen und könnt ihr euch dann hier jetzt zum Beispiel im Vergleich die Statistiken der Mannschaften angucken. Könnt ihr aber auch nochmal gucken, was Werder so getrieben hat zuletzt. Und da sehen wir hier die letzten sechs Matches. Wenn ihr hier mal reinschaut, sie hatten jetzt ein recht Low-Scoring-Match gegen Union Berlin. Liegt auch in der Natur der Sache mit Union Berlin. Die wollen jetzt nicht zwingend das Spiel machen. Union ist keine Mannschaft, wo es hoch und runter geht. Dementsprechend würde ich das nicht überbewerten, dass die Werte so gering waren. Im Match davor haben sie richtig einen drauf bekommen in Köln. Bremen ist eine Mannschaft, die immer mal wieder sowas drin haben kann, leider historisch. Jetzt hier in München das 6 zu 1, das wollen wir jetzt nicht überbewerten. Das weiß jeder. Aber ihr seht, Bremen hat immer mal wieder solche Ausreißer drin. Und die haben auch defensiv überperformt in der Hinrunde. Also sie haben oftmals besser gestanden vom Ergebnis her, als es wirklich dann die Werte hergegeben haben. Und ja, also ich sehe hier einige Wackler drin bei Werder in der Rückrunde. Könnte schwieriger werden für sie. Sie werden es nicht immer offensiv so gut ausgleichen können. Also ich sehe eine leichte Tendenz runter bei Bremen. Aber die werden definitiv die Klasse halten. Da bin ich fest von überzeugt. Und man sollte jetzt auch hier von dem Spiel gegen Köln jetzt nicht überreagieren. Und gegen Union, wisst ihr, da kann man auch mal verlieren. Keine Frage. Schauen wir mal rein in das Match gegen Wolfsburg. Könnt ihr hier dann einfach reingehen und hier in die Stats gehen. Da seht ihr dann quasi eine Übersicht. Ihr seht, was sie wirklich an Toren gescored haben und reinbekommen haben. Zu Hause und auswärts jeweils. Und ihr seht, was wirklich passiert ist und was zu erwarten war. Die sogenannten Expected Goals. Was wir hier sehen. Bremen zu Hause 1,67 Gegentore im Schnitt bekommen. 1,4 waren Expected. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich davor gesagt habe. Nach dem Augentest haben sie echt ein bisschen überperformt. Ich denke, das wird sich weiter angleichen. Die Expected-Werte werden ein bisschen hoch gehen. Und ja, auf der anderen Seite sehen wir. Wolfsburg hat echt auch überperformt. Sie haben 1,1 Tore im Schnitt gekriegt auswärts. Hätten 1,64 verdient. Ihr seht, also beide nicht unbedingt sattelfest. Das ergibt hier drei Gegentore zusammen im Schnitt. Und offensiv match das auch sehr gut raus. Bei drei Toren 1,56 verdient zu 1,67. Wobei da bei Wolfsburg ja die ganzen Matches vom Anfang der Saison drin sind, wo sie noch nicht so gut performt haben. Momentan klickt die Offensive sehr viel höher. Und da ist noch mehr Output zu erwarten. Historisch Bremen gegen Wolfsburg. Ich kenne mich so ein bisschen besser aus mit den ganzen Matches, die so im Norden stattfinden in Deutschland. Und habe da historisch sehr, sehr viele Matches erlebt. Und da geht es auch schon mal gut und gerne hoch und runter. Und ich könnte mir hier echt ein munteres Spiel vorstellen. Wolfsburg natürlich zu Recht Favorit in der aktuellen Form. Aber wir haben es hier auf die Tore abgesehen. Sehr, sehr faire Quote, wie wir finden. Unter den aktuellen Voraussetzungen über 2,5 Tore zu einer 1,75. Gefühlt könnte er das Wolfsburg momentan im Alleingang machen. Natürlich läuft das nicht so. Darf man jetzt nicht überbewerten. Aber wir könnten hier uns sehr gut ein heiteres Spiel vorstellen. So etwas wie ein 1,2 finde ich am realistischen. Könnte aber wirklich in beide Richtungen ausschlagen. Werder kann da zu Hause wirklich klicken, wenn sie mal einen guten Tag erwischt haben. Und dementsprechend unsere Empfehlung über 2,5 Tore. Sehr schöne Wette. Unter 1,70 würde ich es nicht spielen. Ihr habt schon in der Übersicht gesehen, wir hatten einige Gewinner unter der Woche. Nicht alle Wetten natürlich im Video hier drin. Manche Wetten waren aus unserem Premium-Service, den wir natürlich haben. Aber auch hier und da gibt es natürlich Free Bets in unserer Free-Telegram-Gruppe. Die ist hier auch unter dem Video verlinkt. Unter der Woche, wer nicht drin war, hat hier noch das Over verpasst bei Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Da ist die Quote noch hochgegangen. Wir haben es dann nochmal in der Free rausgegeben zu einer 1,76. Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen. Easy win. Und ja, gratuliere an die 500 Leute, die es mitnehmen konnten. Aber wenn du natürlich noch nicht in der Gruppe bist, dann ist es jetzt spätestens Zeit, rein zu joinen. Wie gesagt, der Link ist unter dem Video, wenn du keine neuen Videos und vor allem auch keine Live-Wetten mehr verpassen willst. An diesem Wochenende, wie gesagt, wir haben nicht viele Wetten gepostet. Das heißt, da kann am Spieltag noch viel passieren. Viele spontane Wetten. Dementsprechend join rein, damit du nichts mehr verpasst. Ein richtig schönes Match haben wir noch am Wochenende. Leverkusen gegen Dortmund. Das wird unsere zweite Wette sein. Wir sind hier schon direkt bei den Stuts beider Mannschaften drin. Und ja, schauen wir mal rein. Leverkusen, obwohl sie wirklich so einen schweren Start in die Saison hatten. Wir sehen zu Hause offensiv brandgefährlich. Zwei Tore im Schnitt verdient und so auch gescored. Und defensiv super stark. Also wirklich 0,96 Tore im Schnitt sollten sie kassieren. Also so ein Tor in der Regel. Auf der anderen Seite Dortmund haben sie schwer getan. 1,75 erwartete Tore. Auswärts haben aber nur 1,33 gescored. Das ist bei Dortmund natürlich auch ein Zeichen, dass da wirklich so der eiskalte Stürmer vorne drin fehlt. Haller ist jetzt da. Zweimal von der Bank gekommen. Vielleicht startet er hier zum ersten Mal. Muss man natürlich abwarten. Das wäre nochmal ein Push. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Wirtz, der zurück ist bei Leverkusen, der da nochmal mehr Qualität reinbringt. Sie sind mittlerweile auch unter den neuen Coaches sehr gut eingespielt. So die brandgefährlichste Tempomannschaft in der Bundesliga. Die werden da bei Dortmund definitiv die Räume nutzen. Dortmund sah zuletzt defensiv richtig wackelig aus. Hätten gegen Augsburg drei, vier Dinge locker kassieren können. Und die werden hier auch Räume geben. Bellingham ist zurück. Das ist natürlich sehr wichtig für Dortmund. Dortmund, aber momentan sehe ich hier Leverkusen in der richtig starken Form. Wirklich vorne. Super gute Heimmannschaft. Dortmund wird auswärts ein bisschen wackeliger unterwegs sein. Kann natürlich hier zu einigen Toren kommen, aber ich sehe hier momentan Leverkusen vorne. Dementsprechend schöne Wette. Sieg Leverkusen. Unentschieden Geld zurück zu einer 1,86. Kann man super mitnehmen. Bis 1,80 runter kann man spielen. Ich sehe sie hier wirklich definitiv vorne. Dass sie zu Hause spielen können, ist nochmal ein Bonus momentan mit der Form. Und ja, ich sehe hier wirklich ein Match, wo wir einige Tore sehen könnten. Und am Ende macht es Leverkusen. Mein Ergebnistipp wäre jetzt wirklich mal ein 3 zu 1. Dortmund gefällt mir defensiv nicht. Und Leverkusen hat da momentan wirklich die Mittel, da reinzustoßen in die Lücken. Das wäre jetzt so mein Ergebnis. Bei zwei Top-Teams kann es natürlich auch immer mal zur Neutralisation kommen. Deswegen gehen wir hier nicht mit den Overtoren. Wir gehen mit Leverkusen. Es geht da natürlich schon wieder sehr bald weiter. DFB-Pokal steht vor der Tür. Das nächste Video kommt auch direkt. Also Leute, Glocke aktivieren, Abo dalassen, Daumen hoch. Ihr verpasst nichts mehr. Viel Erfolg fürs Wochenende. Wir hören uns sehr bald wieder. Ciao.